Ich fahre LKW seit 1995. Ich fahre so zwischen 18 und 19 Touren im Monat. Gemischte Touren, Lebensmittel, Maschinenteile, Gefahrgut, was gerade anfällt. Heute holen wir in Ebbingen bei unseren Kunden ein Holzgestell mit aufgesetzter Druckplatte ab, das wir morgen früh in Mannheim anliefern müssen. Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Ich fahre LKW. Ich fahre LKW. Ich fahre LKW. Ich fahre LKW.